Hallo zusammen, ich bin die Marina. Ich will die neue Milchkönigin werden für zwei Jahre und ich zeige euch heute wie man meinen Osterlamm backt. Viel Spaß dabei! Ich fange an, dass ich einfach mal die Marzipan in die Schüssel pack. Da kommt ein ganz bisschen Wasser dazu, dass ich das Marzipan glatt rühren kann. Dann tue ich die Butter dazu und den Zucker. Jetzt schlage ich das ungefähr fünf Minuten auf, bis die Farbe von der Masse in meinem Topf hier drin ein bisschen heller ist als die Farbe von der Butter normalerweise. Einen guten Schuss Zitrone rein, damit einfach die, die das Marzipan nicht so gern mögen, das Marzipan ein bisschen übertont wird. Und Vanille, weil Vanille einfach bei jedem guten süßen Gebäck ein bisschen dazugehört. Dann schlage mir zwei Eier auf, die mit der Gabel ein bisschen kaputt schlagen werden, weil ihr die Eier ganz langsam nach und nach reingibt, damit ihr keine Klumpen kriegt. Und wenn ihr das Ei ganz lasst, dann wird es auf einmal rein floppen und wenn ihr das ein bisschen kaputt macht, dann kann ich das langsamer reinrühren. So, die Eier ist ein Untergrün. Der Teig schaut super aus. Dann schnappen wir uns ein feines Sieb und sieben das Mehl und die Stärke. Ich siebe das rein, um einfach den ganzen Dreck rauszuholen, der da noch drin ist. Auch nehme ich das habe und hebe das Mehl ganz vorsichtig unter. Unser Tag ist fertig. Als nächstes kümmern wir uns um unsere Lämmleform. So, die Form ist gefettet, dann machen wir die wieder zusammen. Damit am Ende der Kopf vom Lämmle nicht abreißt, fülle ich das Lämmle immer mit einem Dresiersack und einer Spritztülle vorne. Ganz weit reingehen und kräftig aufdrücken. Dann kann man sicherstellen, dass der ganze Kopf gefüllt ist und auch, dass das Lämmle auch eine Nase hat. Unser Lämmle ist fertig und haben jetzt bei 170 Grad den Ofen. Ungefähr eine halbe Stunde. Dann schalten wir es zurück auf 150 Grad und dann bleibt es noch mal eine Viertelstunde drin. Und fertig!